moin moin und herzlich willkommen zurück zu let's play the forest ich bin es euer max deus und wir sind hier gerade wieder mal auf erfindungstour weil ich eigentlich vor hatte eigentlich vor hatte so paar waschbären zu jagen aber ich kein plan habe wo die sein könnten oder sind ich habe eine ungefähre vermutung bzw ich habe mir eine ungefähre karte gesucht wo die sein könnten aber ich habe mir jetzt keine weiteren informationen jetzt rausgesucht wo die sind oder wie man die fängt oder sowas ich will das schon alles selber schaffen und nur wissen wo die ungefähr zu finden sein könnten haben wir wieder eine siedlung von den ureinwohnern hat mir dahin wird markiert ohne siegen wird das höhlen eingänge eigentlich oder wie es da markiert ist diese richtung dafür wird schon wissen was das ist hier stehen liegen so viele baumstämme hier sind zelte ist eine bibel das eine höhle ist eine höhle wieder eine höhle gefunden wir haben eine höhle gefunden ich sehe nichts jetzt ist es heller nice wir haben immer eine höhle ein Um. wir haben nur einen eintrag in der einen weg die felswände herauf zu klettern in einen weg in den kessel finden die vermissen flugzeugpassagiere wir müssen irgendwie hier klettern jetzt müssen wir aber den hier noch mal damit und mal leuchten bringen noch ein spielzeug wir haben noch ein spielzeug gefunden von timmy und hier ist noch eine fackel wir haben schon mal zwei von drei teilen noch mal ein paar schädel hört ihr das geht es hier noch irgendwie weiter haben wir wieder medizin also wir haben hier zwei möglichkeiten entweder tauchen oder klettern ohne sammlung an schädeln ansonsten kommen wir hier nicht weiter aber laut inventar brauchen wir tauchgerät tauchgerät haben wir ja noch nicht und ich vermute für das da brauchen wir irgendwelche kletterausrüstung für dahinten die haben wir auch nicht also hier kommen wir auch nicht weiter weil wir keine ausrüstung haben dafür und die sich hier auch keine nee ich wollte jetzt nicht auf die märkte wollte ins baumenü wo hatten wir die signalplage da zwei stecker zwei steine ein stoff bräuchten wir wir haben aber keine stöcker mehr haben wir hier durch stöcker stöcker kriegen wir hier nicht ich würde mir nämlich die höhle gerne hier markieren hier geht es wieder raus steine haben wir wenigstens aber stöcker wäre jetzt gut und die stöcker kann ich mir das hier auch markieren ein bisschen enttäuschend anbieter bis kein stopp wenn wir es aber du bist es nicht auch kein stopp vorne gibt stecker aber wir haben während dieser erkundung wieder eine höhle gefunden immerhin die werden uns hier auch markiert das ist auch gut gut für wissen wo ist die höhle hier machen wir das hier und füllen waren blau wieder was das x markiert die stelle und was finden wir da weiß einer das zufälligerweise hallo bambi daran würde ich nicht gehen weil da wahrscheinlich zu kalt ist das sieht noch schnee aus bisschen kühler bisschen eisiger wieder hunger so keine stöcker auch keine stöcker jetzt gerne was zu essen machen so dann bauen wir uns eben wieder nochmal eine kleine feuerstelle so so oh wie süß Vögelchen. Boah, jetzt sehe ich gar nichts. Essen ist aber fertig. Na, der Fluss sieht auch ein bisschen gefährlich aus. Oh. Hier sind andere Zeltlagers. Oh, das sind Zeltlager, alles klar. Haben die hier irgendwas? Nützliches, brauchbares? Nö. Boah, wer weiß, vielleicht finden wir hier gleich noch eine Höhle oder so. Wenn wir hier weiter gründen. Was ist das denn für eine Schildkröte? Den können wir jetzt nicht knacken, hä? Stein. Stein. Ist der tot? Ich schrei nicht so rum. Na, der bewegt sich wieder. Okay. Jo, jetzt haben wir den. Okay, sein Schildkröte-Pazzer können wir nicht nehmen, oder? Kann als Schlitten verwendet werden. Was ich irgendwie erhoffe, dass wir vielleicht doch noch eine Höhle finden, oder so. Oh. Ne, von da kamen wir. Ich glaube, wir müssen diesen Weg gehen, zum Erkunden. Weil ich so oft jetzt auf die Map schaue, äh, verzeiht mir. Aber ich will auch ganz genau wissen, wo wir sind. Oh, nein. Ich glaube. Ich glaube, das ist ein Krokodil. Ähm. Bitte verbrenne. Wo ist der? Ich bin nicht mehr. Ist er gestorben? Ist er tot? Ist der Krokodil tot? Ne, da ist er. Lass ihn jetzt bitte tot sein, ja? Ist er tot jetzt? Ich knall ihn noch einmal ab, dann sehen wir das. Hoppla. Wir sind höher. Der ist tot. Jo, der ist tot. Ein Krokodil erlegt. Einfach mal ein Krokodil erlegt. So, wir setzen den hier wieder auf. Ja. Machen das hier auch mal. Warte mal, wir haben jetzt Echsenhaut. Nice. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Rüstung. Auf Krokodil. oder können wir hier auch ein bisschen verfahren wenn wir jetzt gerade hier sind jetzt auch interessant zu sein war das wieder siedlung von den uren wohnen ach da sind wir wieder nicht sogar glaube ich noch von denen aber ich glaube ich will da nichts hin will schon irgendwie jetzt doch noch eine höhle finden oder so ein wo wir vielleicht eventuell weiter kommen in den letzten beiden aber auch mit dem guter spot eine siedlung finde ich bin viel flachland kann man gut bauen bloß das in der nähe hier einen kleinen teig dabei ist dann wo wir jetzt auch eigentlich sind scheiß krokodil nur noch einer da vorne ist wieder was da vorne können wir auf jeden fall noch nicht hin da zu kalt ist vielleicht irgendwo eine höhle ne aber ein krokodil immer diese krokodil le ein krokodil krokodil da oben sind wieder uren wohnen ich glaube die haben mich nicht gesehen erstaunlicherweise sind die krokodil langsamer als ich gedacht hatte hier sind wir jetzt ok so und wir machen wieder ein kleines folgenende ich würde auch sagen vielen dank dass ihr wieder mit dabei war wie es weiter geht erfahrt ihr halt in der nächsten folge ich bin euer max deus und tschau und und aber im Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020